Grüezi miteinander. Im Zusammenhang mit internationalen Konflikten ist häufig von den sogenannten guten Diensten die Rede. Gemäss UNO-Karta versteht man darunter sämtliche diplomatischen und humanitären Initiativen von einem Drittland oder einer neutralen Institution, die das Ziel hat, einen Konflikt beizulegen oder einen internationalen Konflikt zu überbrücken. Die guten Dienste der Schweiz haben eine lange Tradition und spielen eine Schlüsselrolle in der schweizerischen Friedenspolitik. Die Schweiz kann Brücken bauen, wo andere blockiert sind, weil sie eben keinem Machtzentrum angehört und keine versteckte Agenda verfolgt. Mit anderen Worten, weil sie neutral ist. Neutral ist dabei nicht, wer sich für neutral erklärt oder sich für neutral haltet, sondern wer von den Konfliktparteien als neutral anerkannt wird. Neutralität ist also etwas Anstrengendes und muss immer wieder erklärt werden. Die aus ihrer permanenten Neutralität fliessende Glaubwürdigkeit hat die Schweiz schon früh zu einer bevorzugten Trägerin von dortigen guten Diensten werden lassen. Die Schweiz unterstützt Konfliktparteien bei ihrer Suche nach Verhandlungslösungen. Sie selbst steht für Mediationen zur Verfügung oder unterstützt Verhandlungen und Mediationen von anderen Staaten oder internationalen und regionalen Organisationen. Als Schutzmacht nimmt sie auch die Interessen von fremden Staaten wahr. In einer früheren Phase hat die Schweiz vor allem als Standort für die internationale Scheidsgerichtsbarkeit gute Ideen geleistet. Das historische Lexikon der Schweiz verweist auf die grossen Vergleichs- und Scheidserfahrungen innerhalb der alten Eingennossenschaften, die die Schweiz für diese Rolle geradezu prädestiniert hat. Diese Aufgabe ist dann allerdings durch neu geschaffene internationale Gerichtshofe in Hintergrund geraten. Wie erwähnt, hat die Schweiz auch sich eine grosse Kompetenz erwirtschaften als Vertreterin von fremden Interessen. Sie hat versucht, als Schutzmacht ein unerlässliches Mass an Kontakt zwischen zwei Staaten aufrecht zu erhalten, wenn diese Staaten ihre Beziehung längst abgebrochen haben. Erste Erfahrungen auf diesem Gebiet hat die Schweiz gemacht im deuts-französischen Krieg von 1871 und 1871. Im Ersten Weltkrieg waren es bereits deutlich mehr und im Zweiten Weltkrieg, mit wechselseitigen Vertretungen von insgesamt 35 Staaten, gab es einen absoluten Höhepunkt. Heute vertritt die Schweiz beispielsweise noch die Interessen der USA im Iran. Auch wenn die UNO heute einige Aufgaben der guten Dienst selber wahrnimmt, gibt es immer wieder Konflikte, die neutrale Staaten besser vermitteln können. Der Grund liegt auf der Hand. Die UNO ist von der Grossmacht abhängig und die verfügt im Sicherheitsrat der UNO über das Veto-Recht. Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Zitat Ende. Wunderbar. Das kann die Schweiz aber nur dann, wenn sie nicht nur formal an ihrer Neutralität festhaltet, sondern sie auch wirklich glaubwürdig lebt. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020